Der Bahnhof Lyon-Saint-Ex-Üperry TGV ist ein Fernverkehrsbahnhof am Flughafen Lyon-Saint-Ex-Üperry, etwa 20 Kilometer östlich des Zentrums von Lyon in Frankreich. Geschichte Der Bahnhof ist am 3. Juli 1994 unter dem Namen Gare des Sattolas eröffnet worden. Diese Bezeichnung trug er bis zur entsprechenden Umbenennung des Flughafens im Jahr 2001. Für den vier Jahre dauernden Bau waren ursprünglich Kosten. Von 4 Milliarden französischen Frost veranschlagt, die jedoch um 50 Prozent überschritten wurden. Verkehrsanbindung Der Bahnhof dient aufgrund seiner Lage in erster Linie dem Umstieg von Fluggästen auf die dort haltenden TGV an der LGV Rhonealp von Paris nach Marseille, die vor allem eine sinnvolle Anbindung nach Südostfrankreich ermöglichen. Die Reisezeit nach Paris beträgt rund zwei Stunden nach Marseille 90 Minuten. Auch die Züge des französischen Billiganbieters Uigo halten hier auf der Fahrt zwischen Manel Avalet und Marseille bzw. Montpellier. Er ist seit Sommer 2010 durch die Stadtbahn Rhône Express auch mit dem Stadtgebiet von Lyon verbunden. Architektur Architekt des TGV Bahnhofs Lyon-Saint-Exupery ist der Spanier Santiago Quelle Treve, der sich 1987 in einem international ausgeschriebenen Architekturwettbewerb knapp gegen Richard Rogas behaupten konnte. Das Bahnhofsgebäude besteht aus einer 450 Meter langen und 56 Meter breiten Halle aus Stahl-, Glaselementen und Stahlbeton mit Verbindungsgängen zum Flughafen Lyon-Saint-Exupery. Zentrales bauliches Element des Bahnhofs ist der rund 39 Meter hohe Hauptpavillon, dessen skelettartige Form oft mit einem riesigen Vogel verglichen wird. Zentrales bauliches Element des Bahnhofs